Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lucky Survival Games, oder? Ja, Lucky Survival Games. Nefias ist dabei, hallo. Hallo. Und die Hanifu und die Aobi und die Cemeria und so viele Leute. Backpflaume und so viele Leute, die sonst immer nur so zugucken. Und alle wollen uns töten. Ich hab Steinschwe- hab ich nicht. Alter, ich hab nur Scheiße, wo bist du? Ich geh zu diesem großen Gebäude. Wo die Treppe- nee, gar nicht. Da, hier, da, links, umdrehen, hinter dir. Hier, da, hier. Ach, du bist das, okay. Ich hab letztens wieder mit Anne gespielt, die will ja nicht teamen, ne? Ich weiß nicht, wie man sich gegen die Spielregeln setzen kann. Gegen die Gesetze des Lucky Survival Games. Weißt du, die Regeln sind dafür gemacht, dass man sie anhält. Bist du über die Brücke? Ich bin... Nein. Oh, oh. Ich hab einen Schwamm. Da, wo das Feuerwerk kam, da bin ich. Ja gut, irgendwann find ich dich wieder. Ja. Ich bin in ein Haus gegangen, auf jeden Fall. Ich hab nur Rotten Flash gekriegt eben. Oh, zwei Schwämme nehmen dann da unten einen Haufen Zombies. Scheiße, ich werd dann den Zombies verrecken. Du schaffst das. Scheiße, ich denk ja, das Herz der Karten. Oh, TNT-Blöcke. Drehst du durch. Speed. Aber Fisch hab ich bekommen. So. Ah, fuck, ich werd verfolgt. Echt? Wenn ich an dem Schwamm nicht weggeportet werd? Okay, mich tot. Da kommt ein Zombie raus, ey. Hau ab. Au, ja, ich weiß. Da ist ein Teamer. Oh, shit. Nein, 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 nein. Ich hab ein Geschenk von Flö- Ja, danke. Ich leb noch. Ich hab auch in den Kommentaren geschrieben gekriegt, Ghost ist noch viel schlimmer als Team. Ja. Aber ist egal. Macht ja jeder andere auch. Da unten ist noch einer, ja. Au. Ähm. Aber Team ist in dem, in dem Modus muss er halt Team. Ja, musst du halt. Außer halt, entweder teamt gar keiner oder alle. So, weißt du? Und du kannst halt nie, sonst. Ja, du hast ja alleine keine Chance gegen Teamer. Ne, eben. Oh, hier ist das, wo das immer das Finale ist. Das hab ich sonst noch nie gesehen. Krass, ne? Fußball-Arena hier. War ja auch noch nie drin. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Na. Au. Au. Ha, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Honeyfuge hauen. Ich hab's genau gesehen. Ha, ha. Okay. Was war mit dem anderen Schwank? Äh, der hat meine Erfahrung so, nein. Oh, da ist noch einer an E4s. Er hat mich nicht gesehen. Hat das so ein Schwert? Nee. Ich hab gar nichts. Alle bleibt stehen. Er hat mich nicht gesehen. Boah, es leckt aber auch hart heute. Da ist Hannifu. Ich wurde von Bugflaume geheilt. Dankeschön. Hannifu, Wasser hast du übersehen, oder? Oh. Aber die hat auch nichts. Sie hat auch gar nichts, ne? Sie will mich nicht. Ihr könnt ein Team jetzt. Ach, das ist zu schwer, wenn du mit der Person nicht redest. Vielleicht ist noch ein Schwamm. Auf einer anderen Insel, da wo die Äpfelbäume sind, genau. Da drüben. Leckt ein bisschen, kann das sein? Ja, ja. Wenn der Server voll ist, laggt es gerne mal, habe ich das Gefühl. Obwohl die Maps ja vorgeneriert sind und alles, eigentlich dürfte da nichts laggen. Ich habe dich wieder verloren da müssen. Ne, wie hast du, ob ich dich gewissen? Spaß. Ich schreibe gerade was, aber... Aua. 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 Ich sterbe ja sowieso. Und lieber nicht geschrieben. Ja, ich wäre eh gestorben. Aua. Egal. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Das war echt scheiße, ey. Ah, das war doch jetzt. Tschüss. Herzlich willkommen zurück zu Lucky Survival Games mit dem Gorobai. Nefias, hallo. Und der Aobi. Ey, das ist okay. Viele Leute sind dabei. Wenn ihr auch mal dabei sein möchtet, schaut doch mal bei Twitter vorbei bei Nefias und mir. Da schreiben wir immer drauf. Nur bei mir reicht. Wenn's losgeht. Jawoll. Steinschwert. Oh, ein Faberanschwert. Ja. Wo bist du? Ich bin hinter dir laufen. Sauber. Komm, erst mal hier den. Erst mal Selina da weg snacken. Die hat mich in der letzten Runde gekillt. Selina? Ja. 20 Sekunden. Nein, sie ist nicht fällig. Oh, sie hat Strings fallen lassen. Sie hat ihren String fallen lassen. Oh, jetzt hat sie ein Schwert. Direkt weggesnackt. Pass auf. Okay, wir gehen auf. Ja, wir gehen. Langweilig. Aber ich hab nur ein Holzschwert gesnackt von ihr. Pass auf. Oh Gott. Was ist? Also ein Müll-Ding. Ja. Braucht keiner. Hast du sonst noch was? Blatt liegen, ey. Hast du mich jetzt erschrocken. Gibt's hier in dem... Was war das? Dem Alkohol. Neige Woche. Boah. Haben wir hier dran? Ja, Wasser ist hier drin. Lol. Ja, Wasser bringt da nix. Bin nach oben gegangen, die Treppe. Mhm. Weiß nicht, ob hier jetzt was ist. Ich war hier auch noch nie drin. Hast du was zu essen? Äh, ne, einen Diamanten. Kannst du da rumlutschen. Ich kann nicht... Dann lutsch ich lieber auf meinem Eisen rum. Ich weiß nicht, ob ich die Treppe noch... Ich geh die Treppe noch mal ein Stück höher. Celine schreibt, wollt ihr die mich gerade töten? Nein. Sonst wär sie jetzt tot. Okay. Ich geh hier rüber. Ich bin auf dem Dach hier. Wir können das Jump'n'Run versuchen. Joa. Könnt's auch lassen. Okay. Ist hier... Hier gibt's auch ne Kiste auf dem Dach, ne? Mhm. Guck mal, man kann ja auch voll krass hochklettern noch. Guck mal, man kann ja auch voll krass hochklettern noch. So glaub ich nicht, dass hier irgendwie jemand oben ist auch? Doch, du und ich. Aber wo ist die Kiste denn von hier oben? Hier geht's auf jeden Fall... Da ist ne Kiste, ne Doppelkiste sogar. Ja. Oh, Goro. Ja, und? Hast du irgendwas an Rüstung schon? Hast du irgendwas an Rüstung schon? Nee, hast du Essen da drin? Nee. Ach doch, da drin waren zwei Potatoes. Achso, doch. Dann hab ich mich gesenkt. Ähm, pass auf. Ja, weiß nicht. Ich nehm das hier. Und ich nehm Hose und Schuhe. Hinter dir. Dankeschön. Müsste ungefähr fast die gleiche Rüstung geben. Besser als nix, ne? Oh, hier geht's aber tief runter. Oh. Weich, das war ich. Ist da was? Nee. Aber sonst ist hier auf dem Dach nix, ne? Nee, aber wir müssen hier eh wieder runter. Da hinten ist ein Schwamm. Kommt man hier runter? Nee. Wo bist du? Ich bin wieder auf dem Balkon. Also ich hier. Mhm. Lass wieder runter gehen. Kann sein, lass mal hier rein. Ist da was? Ist alles safe. Keine Leute. Ja, wir haben unser... Oh, pass auf. Ja. Oh. Hier geht's auch noch wieder hoch zu so'n Ding, ne? Ja. Na, dann lass wieder runter gehen. Da oben, warte. Da ist ein Schwamm. Oh. Kiste. Komm schon. Oh, zwei Holzschwerter und zwei Dias. Hast du Sticks? Nee. Mit Holzschwertern kann ich dich zuwerfen. Ja, eins hab ich ja selbst. Ach, mit Holzschwertern, wir haben auch nicht so die geile, übelst geile Rüstung irgendwie. Ein Steinschwer wäre schon ganz geil, glaub ich. Ja, so wie ich hab. Hm. Da ist ein Schwamm. Wo? Eine Workbench. Ah, jetzt brauchen wir nur noch Sticks. Ist hier noch was? Wie hoch geht denn das? Alter, ist das nervig. Auch ne Workbench hier oben. Immer in die andere Richtung rein. Ja. Im Ofen ist auch nix drin, hier ist auch nix. Kein Schwamm, kein gar nix, ja. Betten sind hier, kannst nicht hinlegen. Auf der anderen Seite ist ein Schwamm. Nefias? Ja. Da ist ein Schwamm? Auf der anderen Seite. Alle Kisten, verdammt. Alle Kisten wurden neu befüllt, dann müssen wir runter. Ja, geh runter, pass auf. Ja, geh runter, ich geh oben auf die andere Seite. Okay. Okay. Ich glaube nur, dass mich unten keiner erwartet dann. Ich bin ja jetzt auch auf dem Weg nach unten. Weil ich auf der anderen Seite hoch muss. Oh Gott. Ja komm, wir springen hier runter. Jolo. Jolo. Okay. Da ist ein Schwamm in der Mitte. Oh, ein Helm. Ist gut. Geh hier hinten hoch. Auf dem Dach die Doppelkiste wäre interessant, aber... Da ist halt noch die Doppelkiste, ne? Warte, hab ich keinen Bock hochzugehen. Das ist einfach so viel Treppengelaufe hier. Wir brauchen Essen, das ist viel schlimmer. Jetzt ist Nacht geworden. Okay. Im Ofen ist wieder nichts drin. Aber da kann was drin sein im Ofen, ne? In den Öfen kann was drin sein, ja. Da oben ist eine... Oh, das... Bist du das? Ach, du bist das. Ist das ein Schwamm? Baby Zombie. Da 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 da. Oh. Handabgang gemacht. Oh, ich esse jetzt glaube ich... Warte. Oh, Essensbuck. Sehr gut. So. Wieso bist du vergiftet? Ich hab... Ich hab... Potatoes gegessen. Achso. Na dann lass runter, wa? Jo. Da unten ist ein Spieler. Wo? Unten rechts. Wurde vom Backflamm geheilt, danke dafür. Au. Fuck. Hier oder was? Ja, hier unten waren Spieler eben, aber die gehen ja alle hoch. Lass raus. Also raus aus dem Haus hier. Raus aus dem Haus. Geht das nicht hier irgendwo raus? Ja, müsste. Ne, da hinten nur. Das Ding hat nur einen Ausgang? Ja, dann gehen wir da hinten hin. Da rechts sind Spiele. Da rechts sind Spiele. Vielleicht ist ein Schwamm noch. Hol' ihn dir. Essen. Essen? Ja, ja, ja. Brauchste? Ne, ich brauch' nicht. Nimm eins. Was ist hier? Wie kommt man da dran? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Ja. Voll schwer. Meinst du, die Mitte war's schon? Oh, da können wir mal gucken. Wenn wir einen Stick finden. Ein Stick wär' Porno, dann haben wir ein Diaschwert. Ich guck' nach. Du hältst. Äh. Da ist ein Lederhelm drin. Da ist auf jeden Fall Rüstung drin. Ja. Da ist noch ein Lederhelm drin. Da ist noch ein Lederhelm drin. Da kommt ein Spieler. Volle Eisenrüstung. Oh, es laggt. Zwei Spieler auf einmal. Bin weg. Ja, ich auch. Es laggt hart. Er hat noch zwei Herzen. Hab' ich jetzt beide gekillt? Ja. Geil. Nice gemacht. Hat aber noch ein Spieler. Ne, bei dir. Doch, da kommt gleich einer. Von vorne. Sackpflaume. Wurde nur weggeportet, der Sack. Ah. Oh, krass. Krass. Ja, jetzt Finale. Auvi-Sommerbackpflaume. Wir sind gespannt. Echt? Das gucken wir so an. Du wärst im Finale gewesen, ja. Ah. Das war ziemlich knapp. Ich hab richtig viel Stuff gekriegt. Ich konnt gar nicht gucken, weil er kam. Aber ich hab dann halt das Goldschwert noch genommen, was ich hatte. Das hatte ich zuerst gesehen. Ja. War auch richtig. Was hat Auvi so? Auvi steht hinter ihm. Greif doch an, greif ihn an, greif ihn an. Jawoll. Ja, 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 ja. Das schaffst du noch. Noch vor dem Finale. Noch vor dem Finale. Nee, sie hat weniger Rüstung. Ja. Schade. Schade. Doch, noch vor dem Deathmatch. Voll cool. Krasse Geschichte. Ja, GG, ne? Ah. Ja, war cool. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.